Okay, Chat, alles klar, alles klar, okay, es ist drinne, wir machen jetzt miese Popcorn-Show. Jeder hat jetzt, genau, ne, ihr habt gar keine Zeit mehr, es reicht, es geht los. Eine Millionen-Special, wir haben Jahre darauf gewartet. Mejit, du Gött, amanakodomon, dass du uns so lange warten lassen hast, du hast uns gefickt. Und jetzt geht's los, let's go, wir ziehen uns den Film rein. Meine tapferen Soldaten, es tut mir leid, aber ich muss für eine Weile ins Exil. Ich kann mich erst wieder blicken lassen, wenn mein Abo-Special erscheint, und dann werde ich ganz YouTube einnehmen. Es ist nur eine Frage der Zeit, also habt keine Sorge, ich werde wiederkommen. Ja, es geht los, oh mein Gott, Bruder. What the fuck? Nur, dass Sie da sind, Herr Römerlern. Wir haben ein Problem, schauen Sie sich das an. Herr Kommandant, unser Anführer als Assi-TV hat seit einem Jahr nicht so hochgeladen und unser Militär ist sehr geschwächt. Wenn das so weitergeht mit den Klicks, werden wir nicht mal mehr einen Angriff vom Kuchen-TV standhalten. Soldaten, machen Sie sich keine Sorgen. Er wird schon zurückkehren und er wird uns nicht in den Stich lassen. Er ist der Letzte auf YouTube, der uns Hoffnung gibt. Und er weiß ganz genau, was auf dem Spiel steht. Funk jetzt durch, irgendwo da draußen wird er uns schon hören. General, her mit dem Stempel. Wie findet ihr bis jetzt? Oh mein Gott, wie geil ist das, Bruder! Komm, gib Zigarette, gib Zigarette, gib Zigarette! Mein Geil! Also, ich wollte mich nicht kennen, ich kannte keiner. Es gibt einen Mann, der Name Assi-TV. Gehst du? Gehst du? Ha? Gehst du? Er macht alles kaputt. Hey, Bruder! Wer ist eigentlich dieser Assi-TV, von dem wir die ganze Zeit reden? Bruder, ist das dein Ernst? Na, Bruder, ich kenn den nicht, Bruder, wer ist das? Bruder, er war der YouTuber. Gleich zu selbst mit niemandem. Zudem wusste nicht meiner, wie er aussah, bis er verschwand. Er ist verschwunden, Bruder, Bruder. Verschwunden. Ich lebe. 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 Bruder, ist schwer. Ich habe keine Ahnung, aber es wird die einzige Rettung. Diese Neuzeit-Youtuber an und Streamer mit deren gezogenen Fresse. Ist dir das nicht mal aufgefallen? Alles besser. armas andare. Er ist die einzige Rettung. Aber er hatte an Bord, wenn du froh. Ich glaub das auch, wennç du mich willst. Breyti! Und dieser Mann kommt der 남자. Dr.�� Hari. Dr.fia. Und jetzt frage ich dich noch mal. Kennst du ihn? Ich kenn ihn, chl. Affekt, habibi. mate zu ihnen. Alter, wo steht's da? Die Leute fragen bei jedem Video in den Kommentaren, wann das eine Million Abo-Fische kommt. Was bist du für ein ekelhafter Mensch? Prima-Tension, irgendwas muss ich übersehen haben. Irgendwas, wo kann er nur stecken. Wo bist du? Oh Gott, Bruder, du bist ja immer noch in meinem Zimmer. Was soll du ekelhafter machst du hier? Geh doch endlich raus, du weißt, die Leute mich schon lassen. Ich hab nichts gebracht. Eine Million Fläche, gar nichts. Wenn ich als Maske um dir rauskomme, meine Maske gibt's nie. Ich will nicht. Du hast deine Maske. Du gehst meinen Döner weitermachen. Wo kannst du nur sein? Ich werd' dich finden. Kein Video mehr hochladen, bis das eine Video Abo-Fische kommt. Es ist mir egal, ob es die Monat kommt. Es ist mir scheißegal. Aufzeit, er ist raus. Ich werd' dich finden. Ich hab' dich. Ich hab' dich. Ich weiß' wo du bist. Was? Ich weiß' wo er ist. Was? Ich weiß' wo er ist. 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 Wann bist du noch da? Was kommst du noch da? Was kommst du? Ich werd' dich liegen. Ich werd' dich schauen. Oh, Lula, wer bist du denn? Ich kommst da aber nicht. Warte, chill, chill. Warte einfach. Nein, nein. Jetzt komm ich, jetzt komm ich, jetzt komm ich. Dir nach Ende. Da haben wir dich endlich, du kleiner Bastard. Was glaubst du, wer du bist, Lan? Keine Videos, kein Facelick, nichts. Wo ist dieser eine Million Special Land? Du kleiner, verfickter Wichser, halt deine Fresse, du... Du lässt mich nicht wichsen, hast du verstanden, du kleiner Bastard? Weißt du, was ich mit dir machen werde? Ich werde dich erfreutern. Darum danach werde ich dich liefen. Weißt du, was auf dich abgesetzt ist? Auf deinem Kopf sind eine Million Berries. Und die werde ich mit nach Hause nehmen. Also Jungs, wir fangen an. Ey, nein! Alles klar, fangen wir an. Mit die Knarre. Mit deine Fresse. Hast du noch irgendwelche Wut? Ich muss es nochmal sehen, sorry. Mit die Knarre. Mit deine Fresse. Hast du noch irgendwelche Wut? Ich bin tot. Okay, jetzt musst du geliebt, kleiner Bastard. Ich bin tot. Wer seid ihr? Konnt ihr mich jetzt auch noch? Fick mir das! Hey, brech mich. ABK? Hä? Was ist das? Was ist das? Ey, du mal drin, das Klöcker. Kackst du alleine Mütze brechen. Na dann, die Zähne! Ich bin tot. Bruder, alles. Klau bei dir. Bruder, alles gut. Was ist das? Was ist das? Ruhig, Jungs! Ist Filmblut. Zatal, ich bedanke mich gleich nach dem Video, Bruder. Ich danke dir, Bruder, ja. Wir sind seit 10 Stunden unterwegs. Wohin fahren wir denn jetzt? Bruder, ich hab damals meinen Playbutton verkauft. Wir fahren jetzt dahin, um ihn abzuholen. Weißt du, was dieser Playbutton macht? Der bringt uns zum heiligen Nussknacker. Was? Bruder, warum lauft ihr denn jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Zum was? Zum heiligen Nussknacker, Bruder. Weißt du, warum? Hört doch mal zu! Der Nussknacker nimmt unsere Motivation. Deine schlisse Motivation. Deswegen ist es immer was. Wir müssen ihn zerstören. Was? Ja, wir müssen ihn zerstören. Warum lacht ihr? Glaubt mir nicht, ihr werdet sehen. Ihr lacht jetzt, ihr werdet sehen. Das einzige Heilige sind deine Nusser. Halt deine Fresse, Mann, du kleiner ekelhafter Mann. Geil, Bruder. Stopp, 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 was wollt ihr hier? Ich muss runter mit dem Chef hier. Okay, du geh rein, ihr zwei kommt hier auf keinen Fall rein. Wieso? Weil ich das sage. Lass uns doch auch rein. Nein, geh jetzt rein, verpiss dich. Und jetzt die Kleine. Du brauchst doch einen zum Käufer. Ich bin gleich wieder da, Mann. Schwind doch mal kurz. Ey, Bruder, zieh dir das mal rein. Das ist Assi, dieser Wichser, der mich damals gefickt hat. Ja, eine Million Berry. Bruder, eine Million Berry aufs seinen Kopf. Ich muss mir eigentlich eine Knarre holen. Meinst du gerade ernst? Boah, ich mein Tod ernst. Willst du durchstehen oder was? Ja, aber woher soll ich eine Knarre bekommen? Ja, Bruder, das ist das Clarence, Bruder. Wieso? Ja, geh zu Mo. Den hab ich abgecheckt. Ja, der Clarence, safe. 100 Prozent. Ich weiß nicht, ich soll ich wirklich gegen. Ja, wenn du willst, schick dich zu dir. Boah, ich zieh wirklich durch. Ja, dann willst du kein Ding. Ja, normal, Modrino. Dann Ding, komm. Ich zieh direkt durch. Bruder, Cymex trippst auf Moduzzi. Bruder, was für eine Welt. Ja, ja, die Produktion. Ey, Digga, warte mal, schick dich gleich zurück. Dann bist du noch Sitz, Junge. Du wirst doch Mo, oder? Ja, wenn du es bist. Ja, Moreno meinte, du kannst mir eine Waffe klären. Moreno also, ja. Hast du Geld dabei? Ja, natürlich. Komm mit, du kleine, ein bisschen. Bruder, Mo kann schon geil schauspielen. Paolo. Ingo Naka. Wo ist das Geld? Was ist das Geld? Wie ist das Geld? Was ist das Geld? Was ist das Geld? Ich bin jetzt 5.000. Okay. Ein richtiges Mohnhaus. Da soll mir keine Pfandflaschen geben. Jetzt wird pissig aus meinem Gelände. Boah. Krass geschauspielert. Ja, respektloser Wechsel. Du wirst schon sehen, was ich mit dir machen werde. Achso, Polizeiwagen. Komm an. Wer bist du? Und was willst du hier? Ein Stück. In der Nussknacker. Ich wollte mit dem Schaffigen. Du militante, irgendein Nussknacker ist hier. Ah, der Nussknacker. Oh mein Gott. Ja, lass den Jungen rein. Komm rein. Oh mein Gott. Bring dich. Schau an, schau an. Du hast ja Eier. Setz dich. Ich wollte nicht mit leeren Händen kommen. Obla. Ich hab dir was mitgemacht. Ich muss leider. Spannend. Aber denkst du eigentlich, ich bin dumm? Und ich weiß nichts davon? Wovon? Eine Million Berries auf deinen Kopf. Oh. Ich. Ja. Alles gut. Ich bin wegen was anderem hier. Ich will wieder ins Geschäft einsteigen. Bist du eigentlich schon Regal? Nein. Was? Was machst du da? Das ist... Auch eine stabile Optik, der Jam. Stabile Optik. Was sollte das? Okay. Wisst ihr was? Ich will keine Probleme haben. Ich will einfach nur meinen Play Button. Den Play Button? Ach so, du meinst diesen Play Button hier etwa? Was bringt mir das denn jetzt, wenn ich ihn dir einfach so zurückgebe? Ich... Ich geb dir Geld. Ich geb dir eine Million Berries. Eine Million Berries? Das ist ja süß. Das ist allein auf deinen Kopf schon ausgesetzt. Also gib mir einen guten Grund, warum Bronco hier dich jetzt gerade wenn ich zu Kleinholz verarbeite. Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Warte, warte! Wenn du mich jetzt umbringst, dann wirst du niemals das Passwort erfahren von meinem YouTube-Kanal. Der Holzkopf hat einen Punkt. Na gut. Na gut. Und dann, nach einem anderen Vorschlag. Wir spielen ein Spiel. Um dein Leben. Und um dein Passwort. Okay, und was spielen wir? Es ist ganz einfach. Du ziehst eine Karte. Und ich zieh eine Karte. Und die bessere gewinnt. Okay, ich verstehe. Also du bist dabei? Wie findet ihr bis jetzt, Chat? Ich mach ganz kurz nur Stopp. Ich frag euch den In- und In- und In- und In- und. Geil, ne? Krass. Ja. Geil, danke. Stark. Geil, 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 geil. Sehr geil. Und jetzt du. Was hat sie gezogen? Was soll das? Scheiß drauf. Du hast gewonnen. Ich hab... Ja, ja. Ich geb dir das Passwort. Ich sag's dir jetzt. Das Passwort... Das Passwort... Das Passwort ist... Salty Springs. Salty... Salty Springs? Komm, Ballon links. Boah! Staaack! Gut gerettet. Staaack! Gut gerettet! Oha! Alter, wie geil! Reicht doch einmal, Aron! Reicht! Reicht! Was ist das, Aron? Verwitteln nicht, ja? Verleg' noch! Ars, du hast doch gewonnen! Warum hast du das gemacht? Du hast meinen Nussleiter gehabt gemacht, was soll ich sein? Was ist das? Stark! Das ist mein Motorrad, das ist ein Hauptbahnhof. Aber ich hab's nicht geholfen. Oia, oia! Was ist denn da? Oia, oia, oia! Was ist denn da? Oha, das ist! Bist du anders geworden? Karim, steh auf! Das ist ein Katar von einem Video! Steh mal auf, guck dir das an! Wacht, komm mal, komm mal. Pass auf jetzt. Jetzt sagen wir dreimal Amenakoyim und pass auf was passiert. Oh nein. Amenakoyim. 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 Ja. Äh? Schnee um. Adieu. Guck. Du hast noch gelacht, du Hund. Guck. Ja, passt. Musik Alter, richtig geil Richtig geil, ne Chat? Brutal Also ich feier's, ich feier's brutal Aber ich bin tot Musik Endlich hab ich dich gefunden, heiliger Nussknacker Ich hab dich ein Jahr lang gesucht Und jetzt bin ich genau vor dir Du hast mir nicht nur meine Motivation genommen Du hast mir auch noch meine Stimme genommen, der Hund Aber damit ist heute vorbei Ab heute beginnt eine neue Ära Ja 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 Aha, jetzt kommt er. Das ist er, It's Assi TV. Er ist da, Bruder. Da ist er. Majid aka It's Assi TV. Der Allerechte. Hier, meine lieben Freunde. Der Macher seit Jahren hin. Ein sehr, 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 sehr Schindy. Nein, hier ist er, hier ist er. Da habt ihr das Chat. Ja, ja. Da ist It's Assi TV. Und wisst ihr, was krass ist? Ich zeige euch. Erinnert mich nach dem Film, euch noch was zu zeigen. Sag, du wolltest uns noch was zeigen. Deswegen sprach ein bisschen, meine Ruhe. Lass mir mal so eine Minute. Da ist es jetzt. Nein, bitte. Eine Minute. Okay. Oh nein. Weiß nicht. Weiß nicht, oder? Ich brauche, dass er reinkommt, weißt du. Jetzt Schindy TV. Assi, du Wichser. Du hast mich damals gefickt. Und jetzt rück' ich den. Assi! Assi! Was war's? Jungs, Siemex war Kraft hier. Der wollte mich ficken. Nein, du raus. Du, von mir bitte. Jungs, der war wirklich hier. Der wollte mein Kopfgeld. Die, wenn du zu Hause spielst, ich fick' fort, meinst. Ich fick' euer Fort, der war hier. Der wollte mich ficken, Mann. Komm, wir ficken dich mit dir. Es wappelt jemand. Bruder, lass dich mal irgendwas los mit dir. Was soll denn? Die sollen wie nix mit dir kommen. Ich hab' noch ein Kopfgeld, Mann. Bruder, das hat noch. Das ist ein riesen Schaden, Bruder. Halt deine Fresse, Mann. Ihr seid beide Wichser. Ich bin dir nicht mehr sicher, Mann. Ich bin ein Wörterkopf bei deinem Gesicht. Komm mit, ich weiß, wo du sicher bist. Und wo soll ich denn sicher sein? Ich bin auf einer Insel. Insel? Ja, komm, ich bin sicher. Komm jetzt mit. Los. Oh Gott. Ich weiß nicht, bevor du noch mehr... Bevor ich da hingehe, musst du noch was tun. Was musst du denn noch tun? Ich muss einen Krieg beginnen. Oh, mal schauen, wie der einen Krieg ist. Ich habe mir vorhin gearbeitet. Oh Gott. jetzt geben wir ein bisschen was ich hab ich hab ich habe ich hab Ja, was? Geil. Boah, Gänsehaut, geil. Gänsehaut. In the room. Wo waren Sie so lange? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wie sieht der Plan aus? Das ist der Plan. Wir haben den Gegner im Zingel. Wie viele Mann haben wir im Norden? 500.000. In Zürich? 250.000. Okay. Wir werden den Plan heute noch machen. Die Operation wird heute noch stattfinden. Das ist was für funktionieren. Anfänger 30 TV, es gibt schlechte Neuigkeiten. Was ist der Ende schon wieder los? Hören Sie, unsere Armee ist sehr stark beschwächt. Wir haben seit über einem Jahr die Militärfahrzeuge mitgebracht. Was wollen Sie? Es ist doch ein Weg. Es ist doch ein Weg. Hältst du das Gewinn? Hältst du das Gewinn? Verraten Sie! Wollen Sie den Scheiter wirklich betätigen? Es wird viel geben. Stark geil gemacht. Natürlich. Okay. Yeah. Let's go. Cool, huh? Wow! Ohhhh! I'm a touch-boot, yeah! I'm a touch-boot, yeah! I'm a touch-boot, yeah! Asi-Army! Ohhhh! Heute wird YouTube nicht verändert, sondern revolutioniert! Ohhhh! Eine neue Ehracht begonnen! Ab heute! Langweilige YouTuber wird es nicht mehr geben, wenn wir angemacht sind! Ohhhh! Also Männer! Heute ist der Tag der Tage! Die neue Ära wird beginnen! Berecht mal rein! Angriff! Los Männer! Jalalalalalalala! Geil gemacht! Boah, Bruder! Jalalalalalalala! Ja, danke! Ja, danke! Jalalalalala! Guten Abend, allgemeine Verkehrskontrolle, geben Sie mir bitte Ihren Fahrzeugpapier und Ihren Ausweis. Einladen, sag ey, oder? Jetzt zeigst du mal, wo der Ausweis ist. Tag! Tag! Schaut mal! Schön, dass Sie da sind, Eure Hoheit. Auf Madeira! Oh Gott, es geht! Oh mein Gott! Du sagst, der Benz ist auf die Blick auf, oh Gott! Ach so! Bruder, hat Skoros da eine Jogginghose an? Oh mein Gott! Oh Teor! Oh mein Gott! Oh nein! Was dachten sich wohl die Leute in Madeira? Die dachten wirklich, Assi ist so ein Präsident oder so. Keine Ahnung. Ja! 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 Okay! Okay. Eure Hoheit, John Broke, sein letztes Video hat 100.000 Aufrufe mehr als das letzte Video von ItsAZTV. Komm an, der Chiga, den niemand mehr kennt, macht mehr Abos als der Kanal von ItsAZTV. Und der langweilige Roat mit seinen Reactions ist in den YouTube-Trends. Das ist kein Problem. Sobald der Cutter mit dem Video fertig ist, dann wird das alles wieder in Ordnung kommen. Eure Hoheit. Der PC. Der PC ist abgestürzt. Die kann so nicht veröffentlicht werden. Es bleiben alle im Raum, außer die Ziege. Wollt ihr mich schlachsen? Ihr habt eine Million Soldaten ausgebildet und habt ein Panzer gekauft, aber habt nur einen Cutter organisiert? Antworten Sie mir! Naja, egal. Da bleibt nur noch eine Frage offen. Wo ist Arian? Gute Frage, aber nein. Sondern... Wer ist ein Teufel? Hat dieses beschissene Kopfgeld auf mich ausgesetzt? Ich gehe zurück an die Arbeit und hier findet heraus, wer dieses Kopfgeld auf mich ausgesetzt hat, bevor es noch auf 2 Millionen steigt. Ja, Haus ist da! Aber geil gemacht. Gut, dass Sie da sind, Eure Hoheit. Ihr Arbeitszimmer ist bereits hergerichtet. Er hat nicht wirklich diesen Akzent geredet in echt, oder? Oh mein Gott, Tasty. Oh Gott! Gut, dass Sie da sind, Eure Hoheit. Ihr Arbeitszimmer ist bereits hergerichtet. Aber krass! Ach, das ist jetzt ein Streamingzimmer. Der kann ja jetzt streamen. Perfekt! Geil! So Jungs, was geht ab? Wir kommen zu einem neuen Video. Und zwar... Geil gemacht, Bruder. Geil gemacht, Bruder. Okay, dann kommen wir rein jetzt in unsere Schauspiel... Warte, jetzt ist erstmal vorbei. Chat, also wirklich... Ich hab Gänsehaut. Das war's. Wir schauen uns jetzt natürlich noch diese Dinge ab. Aber was sagt ihr? Zu meinen... Meine liebe Friends. Bis jetzt... Sag ich ehrlich, es war ein Maximum weh, Bruder. Ein Maximum klassischer, krasser Trailer, Bruder. Abriss, Junge! Abriss! Krass! Achso, ich wollte euch noch was zeigen. Ja, genau. Merkt euch mal ganz kurz. 33 die Minute. Ihr habt doch gesehen, dass ACTV sich geleakt hat, ne? Schaut mal, ich wollte euch was zeigen. Schaut mal, wer hier sitzt! Er war schon von Anfang an dabei, Bruder! Er war schon von Anfang an dabei, Bruder! Deswegen war ich so... Hä? Ich hab's mir schon gedacht, so... Ah, okay, okay, okay. Der Junge, man muss sagen, ACTV hat sich wirklich, wirklich Mühe gegeben, auch alles immer geheim zu halten und alles. Man muss sagen, er war echt sehr, 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 sehr gut professionell da unterwegs. Lass uns mal noch diese, äh, ausgeschnittenen Szenen anschauen. Da gibt's vielleicht auch noch was, was ich euch erzählen könnte oder was ich vielleicht weiß oder so. Jetzt in unsere Schauspieler-Rolle. Okay, Jungs, lass uns beginnen. 3, 2, 1... Wollt ihr mich jetzt auch noch ficken? Hä? 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 Äh? Äh, wie okay? Jungs, Jungs! Asi, du Pietsch! Jetzt hab ich dich! Asi, du Pietsch! Asi, du Pietsch! Jetzt hab ich dich! Bam, bam, bam! Warte mal! Bam, bam, bam! Wow, Breitenberg! Du bist ja maximal Motherfucker, Bruder! Bam, bam! Ich hab' den Lebenszimmer von vorne! Was? 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 Was ist denn jetzt schon wieder? Unsere Armee ist geschwächt, unsere Militärfahrzeuge wohnen seit 100 Jahren. Warte mal! 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 ...ja... ...Der Arm! Du hast geverrschen! Hier sind nur 15.000! Hier sind nur 15.000! Euro White! Go! Euro White! Wir haben Streitkräfte positioniert in Osts'n, Wests'n, Ost und Süden. Mh. 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 Ey, bei Ost und Süden ist alles falsch. Wir haben Gruppen im Norden, Süden. Ey, ey, sorry, ich darf mich nicht antworten. Wir haben Gruppen im Westen und Norden. Wir haben den Gegner im Zingeln. Nein. Nein. Wir haben den Gegner im Zingeln. Im Norden, wie viel Mann? 5000. Und 3000. 3000. Öh. Wir haben den Feind im Zingeln. Wie viel Mann haben wir im Norden? Gute Besten? 3000. POV, du kannst einfach nur textauswendig, aber verstehst den Inhalt nicht. 5000. Gute Besten? 3000. Im Süden? 2,5. Du bist zu sparschen oder das? Du machst mir hier rumgekriegen oder das? Was boppelst du für eine Scheiße? Wir haben doch eine Million Mann. Direkt die Marker. 3,1, go. Asi! Sehen wir wieder hin? Heute… wird… YouTube nicht verändert… … … Es ist perfekt! Oh nein! Oh nein! Was war denn? Oh nein! Stopp! Nein! Schieß doch etwas! Ich kann nicht, wenn du meinen Finger aufhörst! Aufhörst! Aufnahme stoppen. Stark, Bruder! Stark geil gemacht!